Nach den Auftreten der Lecks in den Nord Stream Pipelines sind sich mittlerweile alle einig darüber, dass es sich hier um Sabotage handelt. Sowohl Deutschland als auch Russland als auch die USA sprechen davon, dass es ein Sabotageakt war und kein zufälliges Gasleck. Und Litauens Präsident sagt sogar, dass es ein terroristischer Anschlag war. Und die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen sagte, diese Sabotage und die Lecks werden jetzt ausgiebig untersucht werden. Und derjenige, der für die Anschläge auf unsere Energieinfrastruktur verantwortlich ist, der wird zur Rechenschaft gezogen und die maximalen Konsequenzen zu spüren bekommen. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wer kommt denn überhaupt in Frage als Täter für das Ganze? Und wenn man sich mal unsere deutschen Qualitätsmedien anschaut, ja, dann gibt es natürlich nur Einschuldigen, die sagen, es war Russland. Ja, aber wenn man sich mal die internationalen Medien anschaut, dann kann man sagen, dass es mindestens vier mögliche Länder gibt, die diese Anschläge verübt haben. Gehen wir diese vier Länder mal durch, dann erkläre ich euch, warum diese vier Länder in Frage kommen. Und ich werde euch auch sagen, wer meiner Meinung nach der Verdächtige ist, wer der Saboteur ist, weiß, gibt nämlich neue Erkenntnisse durch die Untersuchungen. Und damit will ich euch auf dem Laufenden halten. Also, der erste Verdächtige ist natürlich, wie es unsere Qualitätsmedien sagen, ja, Russland. Man sagt, dass Russland damit seine Macht demonstrieren will, ja, um zu zeigen, dass sie auch jederzeit andere Pipelines sprengen können. Und man wirft ihnen auch vor, die haben es gemacht, die haben die Pipeline gesprengt, dass sie eine Ausrede, eine legale Ausrede haben, uns kein Gas mehr liefern zu müssen. Weil eigentlich haben sie ja Verträge. Und außerdem ein weiterer Grund für Russland könnte sein, dass sie das denn innenpolitisch ausschlachten können, ja, um zu sagen, wir wurden angegriffen, unsere Pipeline wurde angegriffen und damit, ja, einen Krieg zu rechtfertigen. Der zweite Verdächtige sind natürlich die USA. Und für die USA würde sprechen, ja, dass sie damit natürlich Russland schwächen wollen, weil wenn die natürlich kein Gas mehr nach Europa liefern können, ja, dann werden sie viel Geld verlieren. Und außerdem können natürlich dann teuer ihr eigenes Gas nach Europa liefern, was die USA ja schon seit vielen, vielen Jahren vorhat und auch immer öffentlich kundtut. Der dritte Verdächtige, das ist die Ukraine, ja, und für die Ukraine würde auch sprechen, damit sie, äh, damit Russland schwächen wollen, dass die kein Geld mehr an, ähm, äh, dass sie kein Gas mehr nach Europa verkaufen, damit kein Geld mehr verdienen und damit auch ihre Kriegskasse nicht mehr füllen können. Ja, und der vierte Verdächtige, das ist eine Kombination, das ist dann Polen und Norwegen, weil zufällig genau an dem gleichen Tag, wo die Nord Stream Anschläge, ja, verübt worden sind, da wurde auch der Startschuss für die neue, ja, Norwegen-Polen-Pipeline gelegt. Und es wäre doch unglaublich passend, ja, wenn du eine neue Pipeline baust, um Europa mit Gas zu versorgen und just genau in dem Moment die Konkurrenz-Pipeline in die Luft fliegt. Also, diese vier Kandidaten stehen fest und jetzt schauen wir uns mal die Untersuchung an, die es seitdem gegeben hat. Deutschland hat ja verkündigt, ne, dass sie die Ursache für die Lacks, äh, untersuchen wird und damit auch den Schuldigen für die Sabotage herausfinden will. Und die haben sich dabei mit Schweden und mit Dänemark zusammengetan, um ein internationales Untersuchungsteam zu bilden. Und man hatte auch mit diesen gemeinsamen Untersuchungen begonnen, aber letzte Woche gab es dann plötzlich, ähm, den Bericht, ja, dass diese gemeinsame Untersuchung beendet wird, ja. Die ARD hat darüber berichtet und dem Bericht zufolge war Schweden nämlich das erste Land, was dieses gemeinsame Ermittlungsteam verlassen hat, da es vor möglichen Lacks, Informationslacks, Angst hatte, ja. Ja, sie hatten Angst, dass Geheiminformationen an die Öffentlichkeit geraten. Und der schwedische Staatsanwalt Mats Jungqvist sagt zum Ausstieg aus der gemeinsamen Zusammenarbeit, ja, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters folgendes. Es liegt daran, dass es Informationen in unseren Untersuchungen gibt, die der Vertraulichkeit unterliegen, die direkt mit der nationalen Sicherheit verbunden sind. Ja, und kurz darauf verließ dann auch Dänemark das gemeinsame Untersuchungsteam. Und jetzt führt quasi jedes Land seine eigenen Ermittlungen durch. Und die Bundesregierung, die wollte sich zum Grund des Scheiterns der gemeinsamen Ermittlungen gar nicht äußern. Und für mich hört sich das schon ziemlich seltsam an, ja. Also, wieso sollte man davor Angst haben, dass Informationen nach außen dringen, ja. Ja, ich meine, haben nicht alle Bürger, ja, in den Ländern das Recht, die Wahrheit zu erfahren, ja. Oder gibt es vielleicht eine Wahrheit, die die Bürger lieber nicht erfahren sollten, ja. Also, unsere Medien würden das natürlich als Verschwörungstheorie abtun, aber machen wir mal weiter. Weil letzten Freitag hat nämlich die Bundesregierung dann erklärt, dass die Untersuchungen abgeschlossen sind, ja. Und die deutsche Marine, die hatte das auf Twitter sogar bestätigt, dass sie jetzt quasi fertig sind und haben für die Zusammenarbeit gedankt. Und daraufhin hat Sarah Wagenknecht, ne, Politikerin von den Linken, bei der Bundesregierung mal ganz genau nachgefragt. Und zusammengefasst schrieb Wagenknecht denn auf Twitter, die Bundesregierung weiß zwar etwas, kann es aber angeblich aus Gründen, ja, des Staatswohls niemanden mitteilen. Weil Wagenknecht hatte bei der Bundesregierung nämlich nachgefragt, welche russischen Schiffe und welche NATO-Schiffe sich im Bereich der, ja, beschädigten Pipeline zu diesem Zeitpunkt aufgehalten haben, ja. Und außerdem fragte sie nach, wie der aktuelle Stand der bisherigen Untersuchungsergebnisse sind. Und nach Angaben der Berliner Zeitung, dort gab es nämlich ein Interview, mauert die Bundesregierung aber, gibt keine Information raus und begründet dies mit den Regeln für internationale Zusammenarbeit von Geheimdiensten, wonach ein derartiger Erkenntnisaustausch besonders strenge Geheimheiten lang unterliegt. Die erbetenen Informationen berühren, ja, somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber dem Geheimhalt, also der Bundesregierung, zurückstehen muss, ja. So hat die Bundesregierung geantwortet. Und aus diesem Grund antwortete die Bundesregierung auch nicht auf die Frage, welche NATO-Schiffe und welche russischen Schiffe sich dort aufgehalten oder gesichtet wurden. Auch diese Antwort würde die Preisgabe von Informationen beinhalten, die das Staatswohl im besonderen Maße berühren, hat das Auswärtige Amt geschrieben. Im Klartext heißt das also, es gibt vermutlich Erkenntnisse, die die Bundestagsabgeordneten aber nicht erfahren dürfen. Also, die Bundesregierung hat die Ermittlungen abgeschlossen, will diese Erkenntnisse jetzt aber geheim halten. Für mich heißt das also, dass die Bundesregierung ganz genau weiß, ja, wer die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline verübt hat und wer also der Schuldige war. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, ob dieses Zeichen der Geheimhaltung darauf schließen lässt, wer die Sabotage durchgeführt hatte. Ja, wir hatten ja oben die fünf Kandidaten, Russland, Ukraine, USA, Polen und Norwegen. Und bei dieser Geheimhaltung, die jetzt gemacht wird von der Bundesregierung und auch von den anderen Ländern, können wir eigentlich Russland als Saboteur komplett ausschließen. Weil wenn Russland nämlich die Schuldigen wären, ja, dann würde das die Bundesregierung sofort rausposaunen, ja, weil das würde ja an der geostrategischen Lage gar nichts ändern, ja. Man hätte ja quasi einen weiteren Grund zu sagen, hier, die Russen sind die Bösen, die machen jetzt sogar unsere Pipeline kaputt und wir müssen jetzt noch enger zusammenarbeiten, ja. Und ich meine, Russland hat ja sogar schon mit Atomwaffen gedroht, ja, und da wäre so eine kleine Pipeline ja eigentlich ein Klacks dafür. Und demzufolge, weil die Bundesregierung das jetzt nicht preisgibt, ja, gehe ich davon aus, dass Russland einfach nicht derjenige ist, der die Pipeline, ja, gesprengt hat. Bleiben also nur noch die anderen vier übrig. Ukraine, USA, Polen und Norwegen. Also quasi die NATO und unsere Verbündeten. Und wenn es jetzt wirklich eins dieser vier Länder wäre, ja, dann ist natürlich doch klar, dass die Bundesregierung das geheim halten will. Weil das wäre doch der Super-GAU, wenn sich die Bundesregierung jetzt eingestehen müsste, dass einer unserer eigenen Verbündeten die Energieinfrastruktur, ja, aus geopolitischen oder wirtschaftlichen, ja, Interesse zerschört hätte. Und es wäre gar nicht auszudecken, wenn die von der Leyen, ja, geforderten Konsequenzen plötzlich gegen eine unserer Alliierten umgesetzt werden müssen. Das würde erstens komplett den Kriegsverlauf verändern, ja, ja, und komplett auch die NATO infrage stellen. Ich meine, was wäre denn, ja, wenn man bestätigt, dass die USA uns sabotiert hätten? Das wäre ja nicht nur eine Sabotage, das wäre ja eine Kriegserklärung gegenüber Europa, ja. Wie gesagt, Litauens Außenminister hat gesagt, das ist zwar ein terroristischer Akt. Und wenn unsere Regierung darüber hinaus das auch noch jetzt verheimlicht und damit sogar billigt, dann dürfte mittlerweile wirklich jedem klar sein, dass unsere Regierung nicht im Wohle des deutschen Volkes dient, ja, sondern sich an solchen Verbrechen mitschuldig macht. Und übrigens im besagten Zeitraum, ja, der Sabotage waren sowohl russische Schiffe als auch US-Schiffe in der Region. Und das schränkt die Auswahl auch nochmal ein bisschen ein. Ich hatte ja bereits vor drei, vier Wochen schon mal ein Video gemacht, direkt nach der Sabotage, ja. Hier zeige ich dir nochmal einen kurzen Ausschnitt daraus, der meiner Meinung nach zu 100 Prozent belegt, wer denn die Pipeline besprengt hat. Wenn Russia invades, das heißt, Tanks und Trucks crossing die Borde of Ukraine again, dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2. Wir werden bringen einen Enden zu uns. Aber wie will Sie das, genau, denn die Projekt und Kontrolle der Projekt ist in Deutschland? Das wäre natürlich krass, wenn sich das wirklich bewahrheitet und wenn sich meine Vermutungen auch bestätigen, dann haben wir neben diesem ganzen NATO-Thema und diesem ganzen Kriegsthema auch noch ein ganz anderes Problem an der Backe. Weil das Gas nämlich an sich war. Einer der wichtigsten Säulen, ja, der Bundesregierung bei der Rettung der deutschen Wirtschaft in der Energiekrise ist natürlich das LNG. Ja, der Plan war ja, weg von dem russischen Gas zu kommen und das Ganze durch teures LNG zu ersetzen, welches natürlich zum großen Teil aus den USA kommt. Und wenn jetzt plötzlich uns die USA den Krieg erklären mit der Sabotage unserer Infrastruktur, ja, dann kriegen wir aus den USA kein LNG mehr, ja. Zumindest wenn wir jetzt auf die Politiker hören, die ja immer sagen, dass wir mit Kriegstreibern und Terroristen keine Geschäfte machen wollen. Mal gucken, ob die sich dann daran halten. Da wir aber dann zugleich aus Russland kein Gas mehr nehmen wollen und aus den anderen Ländern kein Gas mehr nehmen können, sitzen wir dann wirklich auf eine Trocken- und haben ein massives Problem. Und das Interessante ist, dazu kommt, dass es dann wahrscheinlich einen neuen Gewinner in diesen ganzen Energiekrieg gibt. Und das ist die Türkei. Weil wenn wir nämlich kein Gas mehr direkt aus Russland nehmen, weil wir das Ganze ja boykottieren, und wenn die Pipelines sabotiert sind, wenn die nicht funktionieren, ja, dann wird dieses Gas zum Teil einfach über Umwege wieder zu uns kommen und das Ganze wird dann über die Türkei laufen. Weil Russland und die Türkei, die planen jetzt nämlich noch eine neue Pipeline. Ich meine, die beiden Länder haben ja schon eine Pipeline, einen Türkstream, aber die reicht natürlich nicht aus, wenn in Zukunft darüber auch noch ganz Europa versorgt werden muss. Und wenn in Zukunft dann wirklich unser Gas über die Türkei aus Russland zu uns kommt, ja, dann können wir natürlich ausrechnen, ob dieses Gas genauso günstig sein wird wie vorher und welche Forderungen die Türkei denn an Europa stellt, um dieses Gas zu bekommen. Und übrigens, durch diesen riesengroßen Vorteil, den die Türkei dann natürlich damit hat, kommt die natürlich auch für die Sabotage der Nord Stream Pipeline infrage. Ja, also, das ist riesengroß, komplex und damit will ich euch heute erst mal alleine lassen, ja, mit diesen ganzen bösen Verschwörungstheorien und ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, schreibt sie gern unter das Videos. Ich bin gespannt auf die Diskussion. dieoude ich höhon. Untertitelung des ZDF, 2020